Von mir und alle herrliche Willkommen auf unsere Gäste aus L.A. und Boston für Mike. Das ist für mich ein ganz wichtiger Tag für die Eisbären. Bereit seit Jahr taschen wir mit Luke und den Kings regelmäßig aus. Ich glaube, diese Zusammenarbeit wird jetzt aufgebaut. Es wird eine intensive Beziehung und Verantwortung zwischen den L.A. und den Eisbären in Berlin geben. Bis jetzt werden wir von den L.A. Kings mehr beratet, denn wie jetzt die neue Struktur ist. Bis jetzt werden wir Zugang zu den Ressourcen von den L.A. Kings erhalten, von Scouting, von männlicher Abteilung, bis natürlich Wissen im Businessbereich. Laster würde ich große Dankeschön auf Matthew Van Wien, als Senior Vice President AEG Sports Europe. Er hat in den vergangenen Jahren die Grundlage geschafft, dass die Eisbären auch in Zukunft ein erfolgreicher Club sein können und werden. Nach neun Jahren bei AEG verlässt Matthew uns und für seine Weiterbildung wünschen wir ihm dabei viele Volk.